Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Skin Giveaway hier auf dem Kanal. Es geht um folgendes, die brandneue Mac10 Stalker aus der Shattered Web. Guckt es euch an, also wahrscheinlich ist sie hier, oder da? Leckischmecki, ich weiß. Und wie man komplett kostenlos an die Geschichte rankommt, erfahrt ihr jetzt. Es ist sehr einfach hier mitzumachen. Es gibt einen Punkt, den man erfüllen muss, und zwei Punkte, durch die man sich einen Bonus noch dazu holen kann. Erstens, Aktivität hier auf diesem Kanal ist gefordert, das heißt, ihr schaut einfach die Videos an, kommentiert, sagt, was euch gefallen hat oder auch nicht, wie auch immer, und schon seid ihr aktiv mit dabei und könnt die Mac10 bekommen. Man muss kein Abonnent sein, wenn man hier mitmachen möchte. Es hilft zwar, mitzubekommen, wenn ein neues Video da ist, aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig, um zu gewinnen. Die Güte der Kommentare ist natürlich wichtig. Irgendwelche Ranzkommentare, Copy-Paste von Video zu Video zu Video, zählt natürlich nicht. Wer Videos kurz anklickt, kommentiert und dann direkt wieder weitergeht zum nächsten, um da das Gleiche zu machen, kann natürlich auch nicht gewinnen. Ich möchte ehrliche Interaktionen von euch. Das heißt, man hockt sich hin und guckt sich halt ein Video an und sagt, was man davon hält. Fertig. Natürlich kann man auch gerne in alte Videos reinschauen. Man muss nicht ab heute das machen, sondern man kann auch gucken, was ich generell so gemacht habe. Und das war es mit der Hauptaktivität. Genau dadurch könnt ihr gewinnen. Es gibt noch zwei Boni. Und zwar, erstens, ihr dürft sehr gerne in die Livestreams reinkommen, die auf Twitch stattfinden. Heute ist auch wieder so ein Stream um 22 Uhr. Ich habe auch den Link schon in die Kommentare geschrieben, in den angepinnten Kommentar und in die Beschreibung. Die muss man vielleicht kurz öffnen, dass der Link halt dann auch zu sehen ist, weil erst noch irgendein Text da steht. Ja, okay. Da muss man sich halt ein bisschen Arbeit machen. Die Livestreams finden dreimal die Woche statt. Immer zu den gleichen Zeiten. Und zwar jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Dreimal. Immer. Außer, jetzt an Weihnachten zum Beispiel. Da bin ich mit der Familie, da kann ich nicht. Also wenn irgendwas Spezielles ist, sage ich euch natürlich Bescheid. Aber im Normalfall, also zu 99,9999% finden die Streams, so wie erwähnt, eben statt. Dreimal die Woche. In den Livestreams gibt es auch immer, also in jedem Livestream, dreimal die Woche gibt es Giveaways, an denen man auch einfach so teilnehmen kann. Nur um es nochmal so erwähnt zu haben. Also auch heute gibt es nochmal zusätzlich ein Giveaway, das heute auch ausgewertet wird. Wichtig mit den Livestreams ist aber noch, dass ihr entweder auf beiden Portalen gleich heißt, also auf YouTube und auf Twitch, oder aber, dass ihr mir auf YouTube dazu schreibt, hey, ich bin übrigens der So und So von Twitch. Dann schreibe ich mir das auf und dann weiß ich Bescheid. Um die Aktivitätsbonuspunkte gescheit zuteilen zu können. Und als zweiter Bonus freuen wir uns natürlich alle, wenn ihr in unsere Steam-Gruppe kommt, und zwar in die Steam-Gruppe Die Dummbubbler. Die könnt ihr selbst suchen, oder aber auf den Link klicken, den ich euch in die Beschreibung und auch in den angepinnten Kommentar reinhasseln werde. Über diese Steam-Gruppe erfahrt ihr dann nämlich, wann die Streams immer stattfinden. Also da schreibe ich jedes Mal rein, hey, jetzt ist wieder Livestream, kommt dazu. Und auch andere News. Und ja, wir haben auch einen Discord-Server, der ist auch verlinkt. Meine Güte! Also geschwind zusammenfassend, Aktivität auf YouTube, wichtigster Punkt, Punkt eins. Und dann optional, wenn man möchte, um Bonuspunkte zu erhaschen, in die Livestreams kommen, in die Steam-Gruppe kommen. Boom. Discord ist nur so eine Zusatzinformation. Ich habe auch noch Twitter und Instagram und so weiter. Ich freue mich da natürlich auch, wenn ihr da am Start seid. Die Laufzeit dieses Giveaways beträgt 10 Tage. Nach dem 10. Tag wird ein Gewinner auserkoren und dann von mir in einem Video genannt. Also sollte man auch nach dem Giveaway zumindest noch so lange zuschauen, bis man mitbekommen hat, wer gewonnen hat. Das sage ich ganz normal in irgendeinem Video an. Also da gibt es kein spezielles. Ich sage dann einfach, übrigens Leute, ratet mal, wer das Giveaway geworden hat. Wow. Sebastian ist es. Hey, herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, dass du gemerkt hast, dass du gewonnen hast und so weiter. So läuft das dann ab. Es ist schon wirklich ein guter Blog in einem Video. Man kann es nicht verpassen. Außer man macht die Videos an und rennt weg. Dann schon. Wie man sieht, habe ich mit der Stalker im Hintergrund nochmal ordentlich geregelt. Jetzt ist sie also schön eingeschossen für euch. Am Rande sei noch erwähnt, dass ich alle Kommentare lese und beantworte. Also ich weiß, was ihr da schreibt. Gut, das war's. Ich freue mich auf euch. Natürlich hier unter dem Video. Da werden wir uns lesen und schreiben. Und wer möchte auch heute Abend im Livestream oder halt nächste Woche, so wie ihr Zeit habt. Die Streams sind dreimal die Woche. Ich denke, da gibt es bestimmt einen Tag, wo man mit am Start sein kann. Und wenn nicht, dann nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.